Die aktuelle Kriminalstatistik übertrifft alle Befürchtungen. 3,8% Anstieg bei der Kriminalität. Bei Gewaltverbrechen wird sogar eine Zunahme um 6,9% verzeichnet. Und die Asylwerberkriminalität steigt um 54%. Dafür steigt die Aufklärungsquote bei der Polizei erneut. In Wien liegt sie bei 37,9% und landesweit bei 45,9%. Eigentlich ein guter Wert für 23.000 Polizisten, die für die Sicherheit von 8,7 Millionen Einwohnern zuständig sind. Doch es würde noch besser gehen, wie ein Blick zu den bayerischen Nachbarn zeigt. Dort brüstet sich das Innenministerium in München seit Jahren als Marktführer in Sachen Sicherheit. Tatsächlich können sich die Erfolge der Ordnungshüter im Freistaat sehen lassen. Die Aufklärungsquote liegt im zweitgrößten deutschen Bundesland mit seinen 12,8 Millionen Einwohnern bei sagenhaften 64,4%. In manchen Regionen wird sogar die 70%-Marke geknackt. Was ist das Geheimnis über diesen Erfolg? Die Bayern betreiben einfach mehr Aufwand. Den 23.000 österreichischen Polizisten stehen 42.000 Landespolizisten gegenüber. Die stark vertretene Bundespolizei ist da noch nicht eingerechnet. Auch wenn der Freistaat 4 Millionen Einwohner mehr hat, ist die Pro-Kopf-Versorgung in Sachen Sicherheit deutlich höher. Auch ein Vergleich der Hauptstädte zeigt die Unterschiede. 6.000 Polizeibeamte arbeiten in der 1,8 Millionen Einwohner Metropole Wien. München hat 300.000 Einwohner weniger, aber 600 Polizisten mehr. Bei uns kommen auf einen Polizisten 400 Einwohner, in Bayern nur 300.